Hallo zusammen, begrüße euch ganz dolle zum nächsten Trailer. Ja, warum immer mehr Menschen an Verschwörungstheorien glauben? Und noch einiges mehr, Logo, MyLife, Corona und so weiter. Also ist sicherlich wieder ein schönes Hauptfilmchen, den ihr schauen könnt bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei WagenusTV aufrufen, entsprechend den Link kopieren in die Browserzeile. Ab damit, ja, und dann sehen wir uns ja vielleicht gleich wieder. Tschüss!